Willkommen zurück bei Let's Play Together GTA 4 Mit mir So, ähm, das ist ja jetzt schon etwas länger her Was wollen wir denn jetzt überhaupt machen, ne? Das ist ja jetzt mal eine wichtige Frage Oh scheiße, stimmt, ja Boah Keine Ahnung, ich hätte mal wieder dran gedacht Einfach rumlatschen, ein bisschen Blödsinn machen Ja, Blödsinn machen, das klingt doch gut Aber, ähm Ich hab schon ganz vergessen, was wir alles machen sollten Oder was die Wünsche waren, was man machen könnte Weil es einfach schon ein Monat her ist, dass ich die Kommentare gelesen hab Ja, äh Ja, ich hab grad Spaß Ja, ich, äh Warum hast du Spaß? Scheiße, ne, das hört sich ja irgendwie nix Ich fahr grad hier ein bisschen Welche Farbe bist du? Du bist Kackbraun Ja, ja, ich bin stolz drauf, ne und? Hast du was gegen Schwarze? Ne, nur gegen Kackbraun Das war ja klar Ach, hier warst du zweit oder was? Schuss An Wollte ich jetzt schreiben? Na und? Haa Badoomz Pass nur auf, da werde ich jetzt bestimmt töten Oh Nein, wenn er das töte, dann springe ich raus und lasse ihn sterben Ne, ne, nix Nicht dich, ich will nur den Ja, irgendwie hab ich trotzdem nur noch ein halbes Pixel Leben Echt? Sorry Ja, du kannst, kennst ja meine Zielskills Ja Badoomz Ich klo Ah, scheiß Belong Ach, das Oh, ist schon der nächste Nacht, Joyner Komme Na halt, stopp, ich will erstmal ein bisschen Leben holen, wie wär's? So, ja, ne, dich will ich ja nicht töten Komm, fahr mal direkt vor mich Ich will nur den, einen Typ da töten Scheiße Meine Fahrerskills lassen wir zu sehen übrig Ah, die kennen sich wahrscheinlich Wo bist du? Komm, fahr mal vor mich hin Sei mal Verräter Na warte, warte, erstmal brauch ich jetzt leben, ne? Ne, ich schreib jetzt nicht high, so Oh, ich hab einen Fahndungsstern, fällt mir grad auf So, ey, wie kommst du? Wo die Bullen schon mal daher fahren Da seh ich so, hey, ich hab einen Fahndungsstern, schnell weg Ja, ist irgendwie auch scheiße Maa Und das weg So, komm, verpisst dich, mein Abgang LOL Ich isch wie der Gammel bei irgendwo 20 FPS rum Krass Wenn ich jetzt noch Hier, Scheinwerfer anmach mit Nachtschatten, oh je Ja, ja gut, okay, es geht eigentlich Äh Alter, die Polizei, ne? Ich bin in der Nähe von der Polizei, die wollen mich töten Oh, fuu Ich bin eigentlich schon Ne, du fährst grad weg, scheiße Maa Ich komm gleich, ich brauch nur das Leben da von dem Busch, was? Watsch, da war ein Schrotflinten, Heini Fuck Boah, komm schon Ihr kriegt mich nicht Wo bist denn du jetzt? Da hinten bist du irgendwo Toll, tolle Wurst, hast du schön gemacht Tolle Wurst Ja Ich, ach Ah, der ist schon tot Arsch War so klar, dass der wieder dann versucht, mich zu killen Ja Hey, bitte nicht, schieß nicht auf mein Auto, du Fotzengesicht Bullenschlacht Ne, ich geh jetzt gegen den Der mit mir hat er sich verkackt, oh shit Ah, ich brauch mein Auto, hallo Da ist ein Super GT, komm Komm, meine Meins Alter Alter Der fährt einfach weg, ne Ohne mich Ohne mal auf mich zu warten Haha Hast du dich mal abschießen lassen, ne Ja, komm schon Isse-Typ da Steck rein Komm, Polizei, stirb Hä? Ah, alle weg So, der fragt sowas Tolles Ich schreib ihm gleich Komm, jetzt gib Gas, irgendwo hin Du hast doch angefangen Angefangen Tja Wie heißt so schön, wer anderen einen Stein gegen den Kopf schmeißt, der kriegt ihn selber an den Kopf Ist klar, weil ich den Buch hab schon nie gehört Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst ihn ein Würde ich mal sagen, ey, schieß mich nicht ab Das ist ja wohl eine Büge, ich hab den Polizisten abgeschafft Ey, guck mal, das Motorrad BUSCH Ich bin so fies, ich bin so fies Aber mir ist ja eigentlich so eine italienische Flagge Das ist doch Keine Ahnung, ich bin kein Italiener Aber bei den gleichen Scharen Wer hat's glaubt Hattest du eigentlich in letzter Zeit mal so ein neues Grafikkartenupdate gemacht? Oder so, ne ne ne, ich hab immer noch die 85 Ne, ne Das war doch nicht Zuerst du neben mir auf einmal BUSCH Bisschen weg Scheiße Ich dreh mich um, du hängst am Pfosten fest Ne, das ist doch nicht scheiße Das fand ich mich so in Ordnung Alles für die Zeit, ne? Schnauze Tschüss Hey, guck mal, guck mal, noch mal Mopedfahrer Oder Rollerfahrer den Moped? Wämmt sich um Hey, der, ah ne, der sitzt da bei mir drin, guck mal, den wird so hoch Äh, irgendwie, hab ich heute Arschloch gerade hier gezogen Das ist doch scheiße Aber das, was hast du nochmal für eine, äh, 680? Ja Ja, was für eine? Von Hersteller und so Gainwort 4 Gigabyte Gainwort, auch Gainwort, das ist das geilste, Mann Ja, ich bin hier direkt in, ähm, Algonquin Im Norden beim Krankenhaus So Ob Polizei, ne? War geil, ist hier, mich einzufurzen Boah, Mann, ich wollte das Leben Na, du, äh, du hast doch gesehen, dass ich hierhin gefahren bin Nix, gib jetzt Surgis Hol doch die Polizei, ey Ich hab das Lied zu oft gehört, glaub ich Verdammt Was hast du eigentlich für einen Fündungsschein gerade so? Äh, ich hab, äh, ey, ich hab ja gar keinen mehr Halt, Moment Ja, toll, ich, hau, Bip, 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 Aua Das war's nicht Du, ich hab wahrscheinlich nächste Woche Führerscheinprüfung Praktische Hast du, oh Also wenn ich das so anguck, verschiebe ich die lieber mal Und was hast du das Gefühl? Äh, ich hab eigentlich ein sehr gutes Gefühl, ich kann ja gut fahren, das einzige was ich muss, ich muss mich mehr umgucken Und darf, glaub ich, keine Fußgänge mehr umfahren, das kommt, glaub ich, nicht so gut Ach, ernst Das hat mein Fahrlehrer auch schon gesagt Nee, aber Theorieprüfung hab ich ja bestanden, diesen Montag Mit vier Fehlerpunkten Wie viel Fehler? Mit vier Fehlerpunkten Und einer richtigen Antwort hab ich nicht angekreuzt Weil ich's ja nicht gescheit realisiert und durchgelesen hab Oder durchgelesen und realisiert hab, wie auch immer Der Auto ist kaputt Ach, scheiße, nee, jetzt ist hier noch die Polizei, leck mich doch Maa So, komm Au revoir Ach, ich hab ja gar keinen Stern mehr Juhu Nee, hier macht keiner einen Abgang, außer du Boah, voll die Ghetto-Mucke, ey Was? Äh, früher, nächstes Jahr soll dann GTA 5 rauskommen, ne? War das nicht so? Äh, ja, warum? Ja, noch so, wollte ich ja bloß mal gesagt haben Ja, aber für PC kommt's wahrscheinlich eh wieder später Was? Wer sagt das? Das ist immer so, man weiß noch nicht mal, ob's ne PC-Version gibt Ne, da gibt's aber Es wird auch schon voll spekuliert Äh, wahrscheinlich, es gibt keine PC-Version, nur weil die noch nicht angekündigt haben Äh, die machen nix für PC Haben die denn schon die Konsolen-Version angekündigt? Ja, die haben sich schon lange angekündigt Aber halt Ich weiß gar nicht, gibt's das nur für PS4 und Xbox 27 oder wie die auch heißen wird, oder? Ne, ne, da die ja im nächsten Jahr das schon rausbringen wollen Denke ich, dass das für Xbox 360 und PS3 sein wird Stimmt, also mir ist egal, auch wenn's vom PC keine Version gibt, wäre zwar schade Ey, weh, du fährst mir hinten rein, Junge, Junge Fahr mir nicht hinten rein, da Ich warte Kinder, banden, kleine Gruppe Oh, lol, Polizei So, mein Auto lebt noch Ja, es lebt noch, es lebt noch, es lebt noch Oh, da fahr mir doch Aber nicht mehr so lange Ah, fuck Aber die Kraft von GTA 4 ist ja schon geil, ich freu mich schon auf GTA 5 Huhu Also ich hol's mir auf jeden Fall erst für Xbox und danach auch für PC Wenn's kommt Für PC Es wird kommen, weil's geil ist Boah, guck mal hier noch halber Salto So, BAM Was ist dann? Ja, hast du grad irgendwie da bisschen dritter geleckt und deswegen sah das jetzt nicht so geil aus Ach, scheiße Bei mir sah das grad richtig geil Hast du schon mal geschafft, über die erste so drüber zu fahren und über die zweite dann drüber zu fliegen und dann direkt... Das hab ich grad probiert, aber äh, ne, hab ich nicht geschafft Oh, fuck Oh, fuck Das hier manchmal, ne? Scheiße, nein Ah, da macht Togo Elf in Abgang Ja, ja Ey, der will dich töten, ne? Wer? Hä? Lol So Was ist denn? Ja doch, ne, ich dachte bloß, weil der da hingeschossen hat Scheiße Ach, wollt der mich gar nicht töten, oder was? Äh, wahrscheinlich nicht Ah, fuck 1 vs. 1, wir sind zu viert auf dem Server, du Mongo Man, man, man Man, man, man Also, kennst du bestimmt Faircry 3, oder? Ja, ich hab's sogar Ja, ich auch Ich hab's ja auch gekauft Ja Ist geil, gell? Ja Aber online hab ich irgendwie noch nicht gespielt, keine Ahnung Ich hab online gespielt, der Onnamoos ist recht gut, aber er ruckelt Oh, er versucht mich umzunehmen So, und ich hab kein bisschen Leben abgezogen gekriegt Der Biatch Warte, lass mich einsteigen Komm Lol, AK Mit der hab ich dich grad auch schon gekillt Alter, passt der überhaupt auf? Boah Alter Die, die wollen dich töten, ne? Ich weiß Sagst du das? Das sind meine treuesten Abonnenten, so wie es aussieht Ja, da könnte man denken Kennst du das? Dance, dance, dance Dance, dance, dance Kennst du das Lied? Du hast im Fall wie GTA 4 Videos und Trailern drin Ach das, ja Ich dachte jetzt, ich mein's real life und so Ne, ne Weil es ist real life, hm? Was ist das? Das Auto Alter, das labt grad nicht, aber Ist scheiße Was lab der ist, hast du hier gerade? Ich hab's raps nicht an Also Aber es läuft so mit gefühlten 40 bis 50 Warum? Okay Okay, also ich will mir auf jeden Fall auch ne 680 Also Noch nicht in naher Zukunft Jetzt erst mal Mainboard Äh, RAM und Und so weiter Und ähm Nächstes Jahr werde ich mir irgendwann ne 680 holen, weil dieses Ist ja auch dementsprechend teuer Dann kaufen wir wahrscheinlich die 2 GB Version von Gainward Weil Gainward macht echt geile Grafikkarten Du hast aber nicht Referenzmodell, oder? Du hast schon das wie die 85 auch oder die Phantom? Ja, die Phantom Ah ok Ich find das Referenzmodell kannst du vergessen, das ist genau der gleiche Müll In Anführungsstrichen Weil das von Gainward die Extraversion da, die Phantom Die ist, die hat höhere Taktraten, ist leiser und ist kühler Also von daher, ähm Find ich das echt top von Gainward eigentlich Macht die besten Grafikkarten eigentlich Find ich Mhm Bloß ich weiß halt nicht, ob sich das so wirklich lohnt, weil Irgendwie in Ich weiß jetzt nix, ob da in naher Zukunft eine neue Grafikkartengeneration rauskommt Ist ja eigentlich ja scheißegal, aber Ob sich das halt lohnt dann schon wieder umzusteigen, weil So, jetzt so nen extremen Sprung hat man ja jetzt von der 580 zu 680 nicht gemacht Mhm Ja Also, zumindest kein 500 Euro werden Sprung Also es lohnt sich nicht, meinst du, für den Preis Naja, ich meine Auf jeden Fall die älteren Spiele, wie jetzt GTA oder so, die laufen auf jeden Fall besser Halt Leben Leben, dein Auto ist fast im Arsch Wo fährst du überhaupt hin? Ich steh' heute in Gefängnis Warum? Wen hast du zu besuchen? Naja, meine Familie Deine ganze Familie Ja Was da geht? Hm? Na? Na? So, ne, aber Hier erstmal jetzt Alter Die KI, ne, die kannst du manchmal echt vergessen Ach, auf einmal nimmt der Feine her Leben, oder was? Nö, das war ne Illusion So Ich zoome jetzt mal die Kamera von vorne aufs Auto Übrigens, ich sitze am Steuer, also ich bin am Fahren, ich kann so fahren Guck mal So kann ich Autofahren, ist doch geil, oder? Lügt die Leute nicht an, die denken das auch noch Ich seh' noch nicht mal nach vorne und kann so geil Autofahren, hoppla Ja, ja Soll ich mal richtig einen Crash bauen? Ne Also guck mal, boah, ich kann ja schon gut Autofahren so eigentlich Guck mal, ich bin noch nirgendwo dagegen gefahren bis jetzt Das könnten wir ändern, mein Freund Guck mal, ich fahr' doch Auto, guck mal, ich kann doch wohl gut fahren Ich bin Hellseher, ich weiß, was hinter mir kommt Oder vor mir, besser gesagt Ohne zu gucken Boah, das Feuer da oben sieht aber schon geil aus, das Spiel sieht schon Ah, geil Spielzeigenschaft sehr hoch Ne, ich spiel' bloß auf hoch Pluss Sicht und Detail Distanz auf 50 So Jut Ich soll's sagen Nein, verbitt nicht Boah Ne, ich geh' jetzt erstmal hier meine Familie besuchen, lass mich doch Tschüss Ich will auch Die punktieren sich, merkst du das? Ja Mit dem Edding Pum, Pum, Pum Ja Wir haben auch schon lange kein Battlefield mehr zusammengespielt Wo bist du? Ich hab' allgemein schon länger kein Battlefield mehr gespielt Es kam ja jetzt dieses Aftermath raus, ne? Aftermath oder wie auch immer, mir egal Aber so richtig was mitbekommen, hab ich davon jetzt nicht so Ich hab's noch nicht mal gespielt Zwar runtergeladen, aber noch nicht gespielt Äh, was denn Aftermath oder Mutti war grad im Zimmer? Aftermath oder was? Sag mal, warum kommen hier so viele rein? Aua, sorry, sorry Auf anversehen Komm, wir vermiesen jetzt allen, die neu auf den Server kommen, gleich die Lust am Spiel Mach doch Das macht er jetzt auch noch Ah, nein, verdammt Haha Hallo Das ist wie bei Daisy Du spawnst direkt und sofort tot Weil es Hauptsache sofort irgendjemand getrollt Oh, 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 wer ist denn da? Aber gibt's ja jetzt nicht mittlerweile so... Wie heißt das? Warshead oder so? Ja, ja, aber ich find das ist irgendwie nicht so gut Okay, den Typ jetzt lass ich mal im Leben, ich will eigentlich nur... Oh, das ist super Boah, ich schreck mich dann nicht so... Ja, du, und dann sich aufregen, wenn man tot umfällt Okay Tokalpisa, please, dann schreib ich hin, okay Ich wollte ihn ja nur am Anfang... Oh, fuck, Heli Da, Motherfucker Das ist... Oh, die... Oh, fuck Oh, oh, geil Guck mal, der hat aber wirklich mit mir, der Metroid-Gamer Hahaha Ah, der hat wirklich... der Arschkarte, Alter Scheiße Äh... Hahaha Das ist doch scheiße Hahaha Badum Ich mach die alle so glatt Alter, wer schießt denn da? Wer schießt denn da? Loin, was macht die nur mit ihm? Egal Ne, es war der im Healy... Oh, der, wo... Der, wo ich gerade abgeknallt hab... Oh, oh, fuck Der hab ich doch gerade abgeknallt Oh, fuck, hast du jetzt den Heli? Ja Gut Nein, 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 oah Oh, ich schieße dich schon hier ab Nein, ich meinte, er ist da gerade... Oh... Fick da, bist du das? Ja Ey, tolle Lange, ich bin weg Sag mir mal, wo die Gegner sind Pass auf, gegenüber ist einer Jetzt über dir Hä? Na, dieser Lüß Boah, wie heftig es hier abgeht Alle verrecken irgendwie auf einmal Ich bin natürlich schon... Na, das ist geil, oder? Auf... Pass auf, da kommt glaub ich schon ein Polizist, oder sowas Der ist tot, okay, kommt doch nicht Okay Das ist ja nämlich wie an DayZ, so Wenn man um sich rum tänzelt Jeder denkt, der andere killt einen gleich Aha Hallo, hallo, hallo Bist du jetzt eigentlich irgendwie nach DayZ, oder so? Nein, nein, ich hab's nicht einmal installiert Ja